Vielen Dank, hier sein zu können, aber leider ist das Schicksal der Technik und der Gesundheit heute erst mal gegen uns. Normalerweise klinge ich nicht so, aber er hofft sehr, dass seine Stimme für den Rest des Vortrags durchhalten wird. Right, let's see. Das Mirken. It's appropriate that Goethe is quoted since one of his writings was indeed this title and what I want to tell you today is something in the German tradition. Sehr schön, dass vorhin Goethe bereits zitiert worden ist, denn das, was er uns heute erzählen wird, ist in einer deutschen Tradition. Und that is a fairy tale. Ein Märchen. The fairy tale, a monster. Das Märchen, ein Monster. A crazed, profiteering, child-eating monster that has been created by the media at the behest of the pharmaceutical industry and the government. Zuerst kreierte man ein Monster, das unsere Kinder dabei eben ist, was kreiert wurde durch die pharmazeutische Industrie. Und ich bin das Monster, wie ihr alle sehen könnt. In fact, this is very much in the tradition of power when it is threatened, that they will take that person and demonize them, turn them into something they are not, rewrite their life history. Das ist ein ganzes in der Tradition der Autoritäten, dass man dann ein Zielobjekt eben verteufelt und verurteilt. And that is what has happened in medicine and the science when there has been dissent for many, many thousands of years. Und das ist vor allem in der Medizin und der Wissenschaft passiert und ist schon tausende von Jahren alt. Und wenn sie letztendlich dieses Monster eben dabei diskreditiert haben und vernichtet haben, haben sie damit auch gewonnen. However, if that monster survives, albeit mythical, if that monster does not go away, because the problem is so compelling, the parent's story is so persuasive and ultimately correct, then the monster will come back to kill them. Doch wenn das Monster dabei eben nicht gekillt wird, wenn es dabei eben überlebt, ist es so, dass in der Zwischenzeit so viele Eltern-Aussagen eben da sein wird, dass es eben überleben wird und wieder zurückkommen wird. Dass also das Monster, das dieser Mythos eben dabei eben erschaffen hat, wieder zurückkommt, ist das Thema eben seines Vortrags. Der Mythos dieses Märchens begann mit diesem Paper und 1998 im Lancet. Und das ist in der Medizin eben eine Fallgeschichte, eine Fallsammlung. Und das ist in der Tradition der Medizin, in der klassischen Medizin, wie die menschlichen Syndromen erst einmal beschrieben sind und bezeichnet. Das ist eine alte Tradition eben der medizinischen Wissenschaft, so wie sie es eben beschrieben. Und das gilt sowohl für Autismus als auch Asperger als auch Morbus Crohn und jede andere Erkrankung, die medizinisch beschrieben wird. Und das ist auch in dieser alten Tradition, dass wenn ein Behandelter, ein Arzt, eine Gruppe von Patienten dabei eben sieht, die alle dieselben Symptome aufweisen, er diese zusammenschließen kann und daraus eine Fallstudie eben machen kann. These studies are purely descriptive. They say, this is what the patient told us, or in this case, this is what the parents told us. This is what we found when we examined the patients. And this is what we found based upon our investigations. And as a consequence, we believe the following studies should be done. They cannot prove or even test hypotheses of causation. Das sind also rein beschreibende Vorgänge des Studiendesigns. Das heißt also, man beobachtet bei den Eltern oder eben auch im klinischen Alltag diese Gruppe und kann daraus eine Hypothese dabei machen. Aber man kann damit noch nichts kausal beweisen. So, let me ask, are there any members of the mainstream media here, newspapers or television? Ich möchte gerade mal fragen, ob jemand Vertreter von der Mainstream-Medienkultur eben auch hier präsent sind? No, not. None that are prepared to admit to it anyway. Oh yeah. Good. You see, this paper has become the most misrepresented paper in the history of medicine. Denn dieser Artikel ist der am meisten falsch interpretierte und falsch vorgestellte Artikel in der medizinischen Geschichte. Could you put your hands up if you've heard of this paper? Könnten alle diejenigen, die davon gehört haben, mal ihre Hand heben? Okay. Could you keep your hands up if you think this paper said that MMR vaccination causes autism? Kann all diejenigen, die eben aus diesem Paper eben Verstand haben, dass eben die Masamumsrötelimpfung Autismus auslöst, die Hand weiterhin oben halten? Right. You see, here is the problem. That this paper could never make that claim. Und hier ist das Problem, denn dieser Artikel könnte niemals eben diese Behauptung aufstellen. Denn es kann keine Hypothesen eben der Ursachen untersuchen. What this paper explicitly said in its conclusions is that this study does not prove an association, let alone a causal association, between MMR vaccine and the syndrome described. Die Schlussfolgerung in diesem Paper, in diesem Paper selbst eben dabei eben geschrieben, ist, dass es keine Möglichkeit gibt, eine kausale Verbindung zwischen der Impfung und dem Autismus herzustellen. That's what it said. And that is not what the media say. Aber das ist nicht, was die Medien daraus gemacht haben. Denn die Medien sagten immer, dass wir in diesem Paper eben geschrieben haben, dass die Masamumsrötelimpfung Autismus auslöst. Das haben wir nicht. Was wir geschrieben haben, ist jedoch, dass es noch weiterer Arbeit eben bedarf, um diese mögliche Verbindung zu untersuchen. Und so, dass es, wie dieser Mythos, dieses Märchen, diese hungrige Lüge eben dabei begann. Ich möchte Ihnen nochmal betonen, dass nach der Veröffentlichung dieser Studie die Impfungsrate an der Masamumsrötel nicht heruntergegangen ist. Warum? Weil, was ich an Eltern in den Medien, auf der Telefon, auf der Pressekonferenz heruntergegangen habe, war, dass die Eltern für die einzigen Masamumsrötel, Mumps- und Rubella-Vaccine, bis das klargestellt wird, bis das scientifisch geliefert wird. Was ich aber damals eben nach der Studie eben dann den Eltern gesagt habe, war, dass bis wir nicht eben mehr wissen, haben er den Eltern dabei eben empfohlen, die Masamumsröteln einzeln zu impfen. Und zu diesem Zeitpunkt waren die Einzelimpfungen noch alle in England eben auf dem Markt erhaltlich. Was also die offiziellen Statistiken eben hergaben, war, dass es ein Absinken der Masamumsröteln Kombi-Impfung gab. Was sie aber nicht eben dabei eben berichteten, war, dass es einen Anstieg zum selben Zeitpunkt der Einzelimpfung der Masamumsröteln gab. Vielen Dank.